Das gleiche Thema, dass eine Menge Leute zu den Konzerten kommen und sich auch die Musiker nörden und auch die Texte und so. Und dass sie leider irgendwie nichts damit kommen, dass sie davon mit nach Hause nehmen. Dass sie mir nicht begreifen, dass es wichtiger ist, auf die Straße zu gehen irgendwie. Für unschuldige Tiere oder Menschen, die auf der Rückkehr und sich irgendwie anarbeiten, für die einzusetzen. Das ist das, was sie mir zählen und nichts anliegen. Das ist das. 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 Das ist das.